Das können nicht Einzelne von uns leisten. Das muss der Staat machen und dazu müssen wir ihn sozusagen zwingen. Wenn jeder, der ein großes Haus hat oder der eine große Wohnung hat, ein paar Zimmer für Flüchtlinge zur Verfügung stellen würde, wäre damit dem Land geholfen und den Flüchtlingen? Ich glaube, das wäre nur so eine momentane Scheinlösung. Also für einen Moment hätte man gewisse Probleme gelöst, die Individuen haben, die uns auch allen leidtun, klar. Aber das eigentliche Problem ist ja, dass wir Institutionen schaffen müssen und zwar unter staatlicher Anleitung, die dafür sorgen, dass diese Menschen vernünftig integriert werden können in ein lebenswürdiges Leben. Das können nicht Einzelne von uns leisten. Das muss der Staat machen und dazu müssen wir ihn sozusagen zwingen. Das heißt, der Staat ist verantwortlich und ich als Individuum bin raus aus der Nummer? Das ist doch eine Ausrede. Ja, das wäre auch in der Tat zu wenig. Als Individuum haben wir natürlich die Aufgabe, als Bürger dieses Staates, wir sind ja Teil dieses Staates, daran mitzuwirken, dass der in die richtige Richtung geht. Also wenn zum Beispiel vor Flüchtlingsheimen gegen Flüchtlinge protestiert wird oder sogar gewalttätig gegen sie vorgegangen wird, ist es natürlich Aufgabe der Bürger des Staates, sich im Namen des Rechtsstaates und der Demokratie dagegen zu stellen. Und dann ist gutes Vorbild tatsächlich auch schon ein politischer Akt, wenn man Flüchtlinge aufnimmt, um zu beweisen, dass Flüchtlinge keine schlechteren Menschen sind zum Beispiel. Würdest du denn sagen, dass der Staat im Moment in dieser Flüchtlingsfrage versagt? Bis zu einem gewissen Grad schon. Sie ist zu komplex, sie ist politisch gesehen ein Verliererthema, niemand möchte sich so richtig damit beschmutzen und so weiter. Also es besteht dringender Handlungsbedarf. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank.